Willkommen zurück zu Pastama 187. Heute habe ich etwas gekauft, eine neue Figur von Dino Escape Line. Ja, wir haben noch nicht die neue Line, wo das Roller Minion. Ja, er steht für die Boxen. Das ist ganz ja kein Plan. Den habe ich jetzt. Den Schringer Sauchs. Also gut, ich öffte ihn auf. Ja, er könnte nicht leiden, dieses Geräusch. Er ist bei Klappruder. Ihr könnt es sehen, die Figur ist gerade mal so groß. Ein bisschen groß wie ein Raptor. Er hat Hörner, kann sein Mund bewegen, seine Beine und sein Schwanz.